So Ach ist das schön So Wir brauchen Äh wieviel Holz haben wir denn noch? Holz 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 Äh jetzt habe ich nicht mehr genug Holz doch ich kann es da wieder drauf packen Aha So wunderbar Jut das heißt wir machen jetzt hier Ja Ja So 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 Jut Jetzt hängt das schon wieder an So So Rechnen Keine Fehler machen Junge Wir haben hier nicht so viel Zeit Wir müssen heute mal ein bisschen Ich glaube ich mache diese Bauarbeiten in der nächsten Aufnahmerunde Lisa So Also So 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 Okay. Ich habe nicht mehr so viel Holz. Dabei habe ich doch so viel Holz geholt. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ah, ich habe auch noch mehr Holz. Gut, so. Das heißt, ich habe hier erstmal so ein Stück Boden überall. Das ist schon mal gar nicht mehr so ungut. Da kann man mit arbeiten, glaube ich. So, wo ist mein... Hier. Sehr gut. So, wie kann man das hier so dran sitzen? Und das ist richtig, ne? Gut. Ja, es nimmt langsam Gestalt an. Hoffentlich. So, das war's mit Holz. Gut. Was ich jetzt noch brauche, ist überall natürlich, äh, Treppen. Öner Holz. Ich habe kein Holz mehr. Also normales Holz, meine ich, ne? Ich muss erst mal rechnen. So. So. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. So. Und das hier alle schön dicht. Gleich schlagen wir erstmal überall wieder eine Lücke für die Treppe rein. Kann es sein, dass ich hier rüber einen Balken vergessen habe? Das kann ganz besonders sein, ne? Wie soll ich da eigentlich kein Licht? Wo sind meine Fackeln? Fackeln. So, weißt du was? Ich mache hier erstmal Licht rein. So. Gut. Gut. Das sieht auch erstmal gut aus. Okay, jetzt ist Holz wieder Ende. Doch, wirklich, Brechreiz. Nein, bist du dumm. Ich will hier keine gruseligen Unterwelt-Geräusche. Echt jetzt? So. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. So. Ja, Geschoss fertig. Alter, hör doch mal auf, dich ständig zu verklicken. Wie schwer kann das denn sein, weißt du? So, wieder ein Geschoss fertig. Nein, kein Holz mehr. Verdammt, ich habe noch eins. So, das muss aber diesmal reichen, glaube ich. Ich habe unten, ne? Ich habe das ganze Holz vom Weg, habe ich unten gelagert. Oh, ich habe es schon wieder vergessen. Was habe ich doch gerade erst gemacht? So. das letzte das wird nicht reichen so weit wie du kommst dann wollen wir jetzt auch fertig werden oder das ist dann noch dass das ende dieser aufnahme runde und dann um treppen kümmern wir uns dann in der nächsten komische licht immer dieser regen er macht mich so depressiv depression ist was ganz schlimmes und da ja keine scherze kinders aber noch mal keine scherze es gibt sachen es gibt sachen über die macht man keine scherze so freunde das aber wunderbar hingekriegt so haben wir noch diese vier haben wir noch mehr haben wir noch mehr holz roh holz in roh holz nein nein mach das mal weg wir haben leider keinen ich liebe meine flügel i love my wings today ich habe vergesst wie viele stockwerke das sind so freunde ein eichenholz hierhin kappenholz so gut wir brauchen treppen da wird sich komische himmelstreppen gemacht oder weiter absolut so schlepp wieder ein schmorkes mit mir rum weißt du da wird sich mit auf 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 1 ich habe keine außenwand es ist alles nicht so leicht leicht hat es einen aber leicht ist das nicht aber das muss es ja auch gar nicht sein 3 4 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 16 15 17 Ich kann das auch wieder weg. So langsam habe ich es nämlich raus, ne? Nein, sag nicht, es hat wirklich aufgehört zu regnen, hör mal. Ich kann ja kaum glauben, hör mal, wenn das aufgehört hat zu regnen, dann doch. Eins, zwei. So, nochmal hier schön ein bisschen Platz machen, weißt du? Da geht voran doch. So, und dann können wir nämlich jetzt gleich in Ruhe, also hier ist eine Aufnahmerunde, in Ruhe dran arbeiten. So. Ach, wir sind ja schon oben. Komm, wir machen jetzt auch hier Endspurt. Eins, zwei. So, das wird super, Freunde. Tada, wir sind oben. Ach, da lacht das Herz, hör mal. Da lacht das Herz des Baumeisters. Ich bin Bob, der Baumeister. So. Ach, herrlich. So, mit dieser wundervollen Musik und dem Rauschen des Windes verabschieden wir uns aus dieser Aufnahmerunde. Reicht ja auch erstmal. So. Ich bleib einfach mal hier oben stehen, obwohl ich muss sowieso nach unten, ne? Ich muss meine Baustoffe mal hier überprüfen. Geronimo. Und es zieht dann mir vorbei, das Leben. Ne, es ist nur ein Gebäude. Aha. So. Baustoffe. Baustoffe werden knapp. Ich brauche nämlich meinen Meißel. So. Das heißt. Blauschiefer Pflasterstein. Ich brauche Weiß. Ich brauche Weiß. Ich brauche Weiß. Ich brauche Weiß. Ich brauche Bruch. So. Dann haben wir es nämlich. Dann haben wir es erstmal. So. Weißen Pflasterstein. Bruchstein. Gut. So. Jetzt gehen wir nochmal die Treppe rauf. Eins. Zwei. Drei. 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 Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Neun Stockwerke haben wir. Bis jetzt. Neun Stockwerke bis jetzt. Gut, machen wir was draus. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufmermerunde weiter. Und dann geht das weiter hier an dem schönen Turmbau zu... ...Land, wo ich gerade bin. Zu Hause ist ein Tungerät. So, wunderbar. Also, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis dahin.